Herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Video. Heute möchten wir uns einem freundlichen kleinen Gesellen widmen. Das Quokka. Beim Quokka handelt es sich um das Kurzschwanzkänguru und damit natürlich um ein Beuteltier. Die kleinen Pflanzenfresser sind hauptsächlich nachtaktiv. Sie werden nur bis zu 60 cm groß und bis zu 5 kg schwer. Quokkas sind verwandt mit dem roten Riesenkänguru. Heute gilt die Art der kleinen Quokkas, mit den runden Ohren, als gefährdet. Quokkas haben den Ruf, stets sehr glücklich zu sein, tatsächlich sieht es so aus, als würden sie ständig fröhlich schauen. Dies und die Tatsache, dass Quokkas nicht sonderlich ängstlich sind, hat dazu geführt, dass um die kleinen Kängurus ein wahrer Selfietrend entstanden sind. Zahlreiche Stars machten bereits Fotos mit den vermeintlich lächelnden Tieren, die viral gingen. Tatsächlich wird dieser Trend nicht nur positiv gesehen. Zwar kann man vor allem auf den Inseln die Tiere gut beobachten und man darf auch mit ihnen interagieren. Tatsächlich kommt es aber auch zu Bissen durch die wohl doch gestressten Tiere. Man geht davon aus, dass die Quokkas zwar nicht sonderlich scheu sind, doch gestresst durch die ständigen Besucher sind. Einst war das Quokka weit verbreitet im Südwesten von Westaustralien und auf den beiden Inseln Bald und Rottnest. Sie bewohnen gerne die immer kleiner werdende Sumpfgebiete Australiens und den bewohnten Inseln und suchen gerne Schutz im Dickicht. Trotz ihres zahlreichen Vorkommens auf den kleinen Inseln gilt das Quokka heute als gefährdet. Auf dem Festland, wo es durch eingeführte Raubtiere wie Rotfüchse, Katzen und Hunde bedroht wird, fehlen oft die Zufluchtsorte und Verstecke. Dies auch weil die Rodung von Waldflächen, die landwirtschaftliche Entwicklung und der Wohnungsbau den Lebensraum verkleinern und zu dem Rückgang der Art beigetragen haben. Quokkas gebären nicht viel Nachwuchs und das, zusammen mit dem begrenzten Lebensraum und den vermehrt auftretenden natürlichen Feinden, trägt zu der Seltenheit der Art auf dem Festland bei. Vor allem aber die fehlenden Verstecke haben negativen Einfluss auf die Bestände. Es wird geschätzt, dass 4000 Quokkas auf dem Festland leben, wobei fast alle Festlandpopulationengruppen mit weniger als 50 Individuen sind. 2015 zerstörte ein umfangreicher Buschbrand in der Nähe von Ortliffe beinahe eine der lokalen Festlandpopulationen, bei denen geschätzt 90 Prozent der 500 Quokkas starben. Die Quokka-Population auf Rottnest Island wird auf bis 12.000 geschätzt. Die einzigen Räuber auf der Insel sind Schlangen. Die Kolonie auf der kleineren Insel bald, auf der das Quokka keine Feinde hat, beträgt 600 bis 1000. Tatsächlich sind Quokkas sogar Namensgeber von Ortlest Island, denn der Name leitet sich auch durch die einstige Annahme her, dass es sich bei Quokkas um gigantische Ratten handelt. Was die damaligen Entdecker nicht wussten, ist die Tatsache, dass es sich um Kängurus handelte. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Lebensraum und ihre Überlebensmöglichkeiten zu schützen, damit diese bezaubernden Tiere auch in Zukunft Teil unserer Welt bleiben können. Ein Abo unseres Kanal hilft dabei nicht den süßen Quokkas, aber vielleicht können wir ein paar spannende Informationen zu faszinierenden Tieren wie diesen bieten.